Sollen Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus ihre Familien nachholen dürfen? Menschen also, die vor einem Krieg oder Bürgerkrieg geflohen sind und hier in Deutschland zunächst für ein Jahr Schutz bekommen haben. Mit Option auf Verlängerung. Worübergehend nein, hatte die Große Koalition im Frühjahr 2016 entschieden und den Familiennachzug für zwei Jahre ausgesetzt. Auf diesen kommenden März 2018 also richteten sich seither die Hoffnung vieler Flüchtlinge. Im Vertrauen darauf, dass die Zeit des Wartens für sie dann endlich vorbei sein wird. Inzwischen aber sehen, hören und lesen sie, wie ihre Schicksale zum Streitthema der Regierungsbildung geworden sind. Teil einer politischen Verhandlungsmasse. Wie leben diese Menschen mit der dauernden Sorge und der neuerlichen Ungewissheit? Isabel Schajani und Verlach Elias berichten.